Hallo, was machen Sachen? Ja, es wird Zeit für eine weitere Runde DOS. Ich und Nona versuchen immer noch herauszufinden, wie das Spiel an sich funktioniert oder vielmehr wie die Monster funktionieren. Aber wir sind schon in dieser Runde relativ weit gekommen und damit viel Spaß bei den nun folgenden Versuchen von uns. 30, ich kann noch nix leisten. Ich auch noch nicht. Hast du auch deine Produkten größer? Alles undefiniert. Zeig mal, warte mal. Da ist alles kaputt. Da ist alles kaputt. Alles kaputt. Versuch halt nur zu identifizieren, dass damit ein Füßen kaputt ist, aber ich glaube es sind einfach deine Pfoten, die einfach komplett verzerrt sind. Kann ich hier ducken durchgehen, vielleicht passiert da nix. So gehe ich gerade aus und mit meinem Charakter wohnert es mich überhaupt, dass mich die Monster angreifen. Die würden eigentlich denken, ich wäre ein Kumpel. Ja. Und dann gerade deswegen sind die Kumpel, was sie nicht begrüßt. Oh, das ist aber schön hier. Rauchfasertapete als Muster. Wrap it in the snow. Okay. Kein Dingchen im Schneesturm. Hätte ich so jetzt nicht erkannt. Hör was, ich hör was. Oh, da bist du drinnen. Na? Bist du deutsch, ist aber weg. Oder ich glaube, das war der Regen. Ich habe mich vor Regen erschreckt. Ich habe aber auch was gehört. Ich kann mich direkt einordern. Aber dann bin ich nicht gestorben. Ich habe einfach keinen Schrank gefunden. Das Schrank ist doch groß genug, warum können wir nicht zusammen in einen Schrank? Ich habe gefragt. Oh, ist dunkel. Why? Ich sehe nix. Oh, das ist auch nicht. Keine Tür, okay. Wer schreit? Pssst. Ich. Machst du das? Krach. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Was war das jetzt? Ich habe irgendwie Leben verloren. Ich weiß aber nicht warum. Hä? Was geht jetzt ab? Okay. Hey. Ich habe mal den Raum gefunden. Ui. What? Raidward, was passiert hier? Mich hat ein Tentakelviech gebissen, aber wo kommt das her? Hast du die ganze... Das ist jetzt gerade nur auf dem Boden. Glück, ein Darkwurm. So fängst. Ach, okay. Kann ich in den Schrank reingehen und da hat mich was gejumpscared? Ja. Es war ein Monster, das müssen wir anschauen. Hast du die ganze Zeit so pssst gemacht? Hä? Nee. Das war nicht ich, nein. Dann war das das Monster. Wenn wir das das nächste Mal hören, musst du gucken, wo das Monster ist und es anschauen. Es ist in dunklen Räumen. Habe ich gerade den Tipp gekriegt vom... vom Spiel. Ab und zu mal durchlesen, was da steht. Das zeigt anscheinend Tipps gegen die Viecher. Wir sind ja wirklich glücklich die ganze Zeit. Aber ich kann mir bald eine Taschenlampe leisten. Vielleicht nächste Runde. Ja. Ja. Oh, wenn wir hier drauf E drücken, geht auch die Ladezeit rum. Oh, hätte ich ja voll gewusst. Sorry, wenn du nach dem Stream taub bist. Na, Discord power, was das angeht, eigentlich relativ gut bis jetzt. Okay. Also hast du noch keinen Tinnitus wegen mir? Nee, noch nicht. Okay. Dann ist gut. Das ist wieder Regen. Boah. Ich höre wieder was. Das ist wieder Regen. Vielleicht ab und zu mal kurz stehen bleiben und gucken, was für ein Raum wir reingehen. Vielleicht jetzt mal ab. Nicht angucken. Nicht angucken. Ja. Ich bin im Schrank. Ja, nee, du brauchst es nur nicht angucken, aber... Ist es weg? Nee, ich probier mal was. Kann ich hilf? Nee, nee, das ist blau. Nee, der läuft es noch. Ja, aber ich will hier rückwärts durchgehen. An die Wand gucken. Weil es will ja nur nicht angesehen werden. Ja, es geht. Du musst einfach an die Wand gucken. Du darfst das Viech nicht angucken. Geh einfach durch den Raum. Oh, es ist weg. Okay. Vergiss es, was ich gesagt habe. Du darfst es einfach nur nicht angucken. Einfach an der Wand entlang laufen mit dem Rücken zum Monster. So, wo ist der? Da hinten ist der Hebel. So, jetzt ist die Türe auf. Das ist eine Möglichkeit, dass man sich irgendwie heilen kann oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht gibt man irgendwann irgendwie was zu essen oder so. Aber man kann was kaufen, habe ich gesehen, was Gesundheit wiederherstellt. Weil ich habe aber Glück und Kriegen auch sowas. Ja, du glaubst du Luft. Mal verstecken. Hat er dich? Ja. Oh, scheiße. Hä? Aber ich bin noch da. Oh, es wird rot. Aber ich lebe noch. Hä? Wobei? Sonst sind wir zusammengestorben. Hier steht, dass die Lichter fliegert, wenn das Ding da ist. Aber es hat nicht geflackert. Doch, am Anfang, wir in den Raum rein sind. Vielleicht hast du es einfach nur nicht gesehen. Okay. Ja, das ist doch jedes Mal so, wenn das Licht angeht, dachte ich. Nee. Okay, ich beobachte dich mal. Okay. Schau dir mal zu. Okay, dann wissen wir aber. Klopfen und Lichter flackern ist schlecht dann direkt in den Schrank. Ich habe mich auch gerade gewundert. Nicht der Flackern heißt das was? Oder habe ich einfach nur komisch geguckt? Oh, ich habe das wieder gehört. Wo ist er? Wo ist er? Es müsste irgendwo so ein Viech sein. Hm. Okay, hat mich anscheinend selber nicht gefunden. Wer schmeißt hier mit Möbeln? Oh, da war keiner. Oh, da kann ich nicht durch. Komm ich jetzt hier weiter? Ist ja da hochkletternd? Geht nicht. Ach da, nehmen wir vielleicht mal die Tür. So eine Tür ist eine gute Option, wenn man irgendwo durchgehen möchte. Irgendwas kommt an. Ich warte auf das Pst. Wo bist du da? Ah! Ah, ich habe dich. Oh, ein Rätsel? Muss ich die jetzt abhängen? Ja. Das ist auch Puzzles. Ich bin immer noch fasziniert, dass ich noch nicht tot bin. Das ist ganz hoch. Stifte. Münzen. Ah, man kann Münzen finden. Vielleicht sollten auch auf uns mal Sachen aufmachen. Ich habe Münzen gefunden. Jetzt kann ich... Naja, doch nicht. Kann man noch keine Taschenlampe leisten. Scheiße. Es verflackert. Hast du es gesehen? Wenn ich in den Raum... Ist du tot? Ne. Aber wie ich in den Raum reingegangen bin, hat es geflackert das Licht. Okay. Jetzt mach es nicht wieder dunkel. Ich hasse das. Ich sehe nicht, wo ich lange laufe. Ich mag es nicht, wenn ich nie sehen kann, wo ich lange laufe. Kann ich verstehen. Was ist denn? Ich schaue nur um 22. Das gibt es ja nicht. Ah, guck mal. Uns. Clown. Clown bei den Armen mal. Ist das was? Wenn du in Richtung so einer Tür laufst, kann ich gucken, was dahinter ist. Ob dahinter so ein Vieh ist. Ich habe das blaue Licht gerade eben auch gesehen. Ich habe nur gerade einen Pssst gehört. Wie seid ihr jetzt geleuchtet? Ist das so ein Checkpoint? Na, immerhin 25. Pfui. Das ist nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas höre, da ist so ein Piech hinter mir. Flackern, 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 quack, 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 quack. Okay, war er doch nicht. Das macht mir echt schwer zuordnen. Hm. Oh, guck mal, ich habe ein Feuerzeug gefunden. Hey. Okay, es lohnt sich halt anscheinend echt, die Dinger mal aufzumachen. Mach ich fast Level 30. Lackern? Up end? Schrank? Oh, das ist so, als würde da ein D-Zug durchrasen. Wenn da... Ne, wait. Das Licht von hier, also muss ich da rein. Ah! Puh! Okay. Das war nicht so gut. Ich meine, meine KP sind gleich unten. Ja, schon Level 31 gibt es ja gar nicht. Ach gut. Aber wo lange jetzt? Wait, ich habe dich gehört. Ich habe dich pst mal hören. Wo ist das Viech? Ich will dich angucken. Es ist doch gar nicht so dunkel. Ja, das ist gar nicht. Hm? Ja. Ich höre das gar nicht. Ja? Vielleicht wenn ich vorne bin, du willst mich fressen? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich behalte das Feuerzeug. Oh, ich muss einen Schlüssel finden. Ich habe jetzt gar nicht danach geguckt. Ah, ich kann mich unter dem Bett verstecken. Cool. Das sieht so lustig aus. Glitzer irgendwie voll durchs Bett durch. Ja, irgendwie schon. Oh, da ist er. Verbunden. Endlich. Yay. Aber welcher Gang? Äh, der mit der grünen Tapete. Warte mal hier. Ich glaube das. Ich habe ihn. Oh, ich kann mal Augen jucken. Jetzt mach auf. Achso, ich muss das gut halten. Darf noch was? Oder auch nicht? Achso, das wäre der Gegner. Das wäre auch der Richter. Ja, der Schrank ist umgefallen. Wascht das Klopfen, was man da hört? Ich habe es jetzt auch gehört. Aber ich habe keine Ahnung. Wer klopft? Achso, ich muss ihn mit meinem Arsch aufmachen. Dann geht die Tür auf. What the fuck bist du? Ich sehe dich. Soll ich dich sehen? Nein. Ist es okay, wenn ich dich sehe? Ja, der anscheinend. Anzünden? Nö. Ein Licht machen. Soll ich auch gerade mein Gedanke anzünden. Oh fuck, ich habe die eben gar nicht gehört. Hier sind die auch? Oder da leuchtet es. Vielleicht einfach, weil wir länger als weiter in den Dings drin sind, kommen jetzt diese Augenpächer. Da kommt jetzt ein Boss. Gibt es hier Bosse? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nicht. Fehler ist was, oder? Ein Flackerlicht und Augen. Wir fliegen überall so Augen. Es wird immer mehr Augen. So komische Augenpartikeleffekte ist hier formiert. Wir sind keine Augen. Ich habe sie abgehauen. Was? Was? Was bist du denn? Und jetzt? In! Approach! What the fuck? Oh nein! Ich kam von der anderen Seite! You died! Oh, schade! Ich bin voll weit gekommen! Sehr gemein! Wir sind lost and died to seek. Im Sucher bin ich gestorben. Okay, schau beide Wege bevor du weiter gehst. Okay, ich bin einfach auf den falschen Weg gelaufen. Ich bin einfach von ihr. Ich bin einfach von der anderen Seite. Es ist ein Zeichen. ARD Text im Auftrag von Funk